Der 10. Spielzeit der Riga hat die folgende Hörer für uns gestern am Freitag gab es Wagen gegen Würzburg, ein ganz guter gewonnenes Ende-Ergebnis 3 zu 0. Heute, am Samstagspiel, Zwickau gegen Viktoria Köln, Eintracht und Deutschlandschweig gegen alle Preußenwünster, gegen Bayern München, die Mannschaft vom Sonnenhof, gegen Köln, Eintracht und Köln, Eintracht und Deutschlandschweig gegen Düsseldorf. Am Sonntag noch, heute Morgen gegen Herzenostag, wenn wir gegen Köln und das Mutlandspiel von Neustadt gegen München. Ach, meine Damen und Herren, es gibt eine neue Löwensorten, die wir jetzt abzielen. Ja, ich muss euch da schon ein bisschen was machen. Wenn Sie Löw und Gerwig wieder neu für den Löwen klicken, bitteschön. ρώpe Dasuca Wie Ich Fahr Ich 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 Das war's für heute. Wir werden sehen. Musik Musik Musik